Hallo Damen und Herren und willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics auf diesem Kanal. Danke fürs Einschalten. Wir sind hier im Schloss Sunbu. Sunbu. Und müssen vordringend bis zum... Endgegner Noburo. So, es ist wirklich... Ich glaube, das ist für mich die schwerste Mission. Also die hat es wirklich echt tadellos in sich. Weil hier sind so viele Faktoren. Oh oh. Schimpfen, Feitschen. Oh. Ich wollte eigentlich auch mit Hayato raus, um seinen Shuriken wieder zu holen. Oh. Ah, hier ist so viel los. Hier ist einfach so viel los. Boah. Boah. Junge, Junge. Der sieht aber auch alles hier, ne? Boah. 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 Wie mache ich das? Ah. Ich würde gerne hier ein paar Leute wiederum herlocken. Angefangen eventuell mit dem Komm, dreh dich um Hä? Wie schnell konnte er mich denn sehen? Mann, ich will doch den Hutträger da gar nicht erwischen Aber ich erwische ihn immer Du musst den Zivilisten da irgendwie wegkriegen erst mal Warum sieht der das jetzt? Ach, der kann hier durchgucken Oh Mann, ey Wie soll man denn das packen hier? Ich kann mich hier so schlecht voranbewegen Ah, ist das alles ärgerlich hier Hier ist es Keine Ahnung Ich weiß nicht mal, was ich mit Takuma Gibt es hier irgendwo einen Haken? Ich komme ja auch nicht hier durch, ne? Ne Hier gibt es kein Haken Ich kann mit Takuma auch Ich komme hier effektiv gar nicht vorbei Wie? Weil der sieht den ja eh Ganze Zeit Da man den Strohhuter nicht anlocken kann Ich meine, die sehen sich hier alle So, also ist das hier mein Ich habe gerade Keine Idee, was ich mache Oder wie ich hier was mache Das wird halt gesehen Das wird halt gesehen Ich kann nicht mal hier Ich kann nicht mal hier vorbeischleichen, glaube ich Oder doch Ne Achso, weil jetzt auch noch Er kommt hier Oh, jetzt sieht der Da kommst du nicht vorbei Gucken, ob ich hier irgendwie Ah, an denen vorbeikomme Ohne was umzubringen Okay So weit bin ich schon mal gekommen Nicht schlecht Sehr gut Dann muss ich halt mal ein bisschen weniger töten Oh Gott Oh Gott Schaffe ich das noch? Ja Okay, dann erstmal hier weiter Ich muss halt effektiv, glaube ich Von der anderen Seite irgendwie erstmal aufräumen Der eine dürfte kommen, ne Ich hoffe Dürfte keiner sehen hier hinten Okay Damit haben wir den So Was ist sein Blickwinkel? Jetzt muss ich nur auf den Strohhut aufpassen Und auf den hier Weil ich muss ja jetzt Nicht nur theoretisch Sondern auch relativ praktisch Ach, nee Der hört den Schuss, oder? Warum hört denn der den Schuss? Verstehe ich nicht Muss ich mal testen Okay Nee Der hört nicht den Schuss Ich glaube der Wird Okay Okay, das geht auch nicht Mal gucken Oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, genau Den falschen Moment abgewartet Das ist so machbar Aber jetzt muss ich warten Bis die wieder zurücklaufen Ah Ist das anstrengend So Ich muss nur warten Bis der außer Reichweite ist So Komm, 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 komm Okay Perfekt Und schön speichern So Den Dürften wir Hoffentlich So vernichten Sehr gut Wir haben wieder ein Stück vorangekommen Muss ich sagen Weil wir müssen ja irgendwie Wir müssen ja irgendwie hier Vorankommen Ich weiß nicht Wie ich sonst mit Takuma Weiterkommen soll Also Takuma ist halt hier echt Die Bruchssäule Leider Leider, leider, leider Ist das so Die interessieren mich jetzt Hier alle gar nicht mehr Wir gehen erstmal hier direkt hoch Um Sicher zu sein Das ist natürlich die Frage Wie mach ich das hier Okay, ich hab ne andere Idee Ich möchte eigentlich gerne Hier einmal um die Ecke rum Und hier hoch Aber mit wem Obwohl ich natürlich auch Warum kommt da jetzt so ein Kack Zivilist Kommt denn der jetzt schon wieder her Ich muss es einfach mal probieren Oh ne Was die für ein Blickwinkel haben Ist echt heftig Oder laufen die nur bis dahin Und drehen wieder um Ne Hä, wer sieht denn das Wer sieht das Wer sieht das Wer sieht das Das Hä Der Ist doch hier penkeln Ach der dreht zwischendurch um Mann ey Der hier oben wird auch Zum echten Problem Glaube ich Obwohl Naja Problem würde ich Eigentlich sagen Wir werden den Hoffentlich relativ leichter Ausschalten können Der muss mal pinkeln Los Mann wann dreht denn der sich wieder um Jetzt Aufnehmen Wegpacken 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 Der war wichtig Der war wichtig Jetzt muss ich den hier Noch Aufräumen Okay Zu schnell Das kriegen sie mit Schade Hätte ja klappen können Aber da kommt gleich wieder der Zivilist zurück Und dann schaffe ich es wieder nicht Okay komm 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 Okay Okay Oh Gott das war so blöde Hoffentlich habe ich gespeichert Ich spreche es auch noch aus Ich spreche es auch noch aus Dass ich nicht gespeichert habe Du sollst den hier aufheben Mann ey Ich spreche es auch noch aus Was blöd Was blöd So den müssen wir hier leider mitnehmen Jetzt müssen wir mal gucken wie wir Wie wir den Samurai hier weg machen Aber ich denke mal Oh wie die sehen sich gegenseitig oder was Ach kommt hört doch alle auf hier Oh Hass Das ist wirklich richtiger Hass Wie kriege ich den dann jetzt da weg Der läuft halt nicht los Wie viel Schuss habe ich noch Ein Aber kriege ich den aus irgendeinem Winkel hier hin Von hier sogar Okay Oh Mann Das wird jetzt Gar nicht so einfach Oh der sieht den auch noch Das muss jetzt Boah relativ gleichzeitig passieren Ich muss das mal testen Okay Wer wird hier wo gesehen Ob das jetzt so gut war Weiß ich noch nicht Weil der sieht den jetzt Okay Ach das ist doch blöd Was macht der da jetzt Jetzt läuft doch nicht da lang Obwohl Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht Ich mach das gleiche Spiel jetzt nochmal Nein Und da kommt dann der in dem Moment Das gibt's doch einfach nicht Wie kann man denn so viel Gerade so viel Pech auf einmal haben Naja das geht auch nicht Wie kriege ich das jetzt hin Das geht auch nicht Kann ich Kann ich direkt ihn Erledigen Dann Von oben Vielleicht geht das Also wenn ich direkt auf ihn springe Katsache Wow Jetzt haben wir zwar keinen Schuss mehr Aber das ist mir eigentlich gerade Völlig egal Weil wir kommen endlich mal Ein Stück voran hier Aber dass der den ich sieht Ist faszinierend Also soll mich nicht stören Dann lass ich ihn da Oh Einfach liegen Mal sehen Ob ich jetzt schnell genug Hier hochkomme Okay Unser Problem ist Wir haben Also Takuma kann Gar nichts mehr machen Wir haben ganz wenig Schuss Die drei sind Richtig störend Aber Okay da will ich mal was testen Ist mir egal Ob wir jetzt Dann Verbrauch haben Ah wir dürfen nicht den hier oben vergessen Aber jetzt Das ist ärgerlich Dass ich keine Schuss mehr habe Ist ärgerlich Damit kann ich die gar nicht erledigen Ups Ne Muss ich mir was überlegen Aber wann mach ich das In der nächsten Folge Schaltet gerne wieder ein Ich verabschiede mich Auf Wiedersehen Ciao Ciao